Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker Wilfried Klim leidet nach Unfall unter starken Schmerzen ++++ Haut Carpendale lässt sich von Enkel Metz ein Ständchen bringen ++++ Thomas Anders zeigt sich schwer verliebt Schlager 2021 Alle Infos und News zu ihren Schlager-Stars 22. September 2021 Wildecker Herzbube Wilfried Klim Nach komplizierten Bruch hat er immer noch Schmerzen Wilfried Klim, 75 Teil des beliebten Schlager-Duos Die Wildecker Herzbuben hat gesundheitliche Probleme Vor ca. zwei Jahren stürzte der Musiker in seinem heimischen Garten Er fiel auf den Allerwertesten und zog sich einen komplizierten Bruch der Wirbelsäule zu Darunter leidet er immer noch Bis heute komme ich damit nicht zurecht Ich habe beim Gehen immer noch starke Rückenschmerzen Wenn ich den Rollator nehme, geht es besser, weil ich nach vorne abgestützt bin Erklärt er im Gespräch mit der Illustrierten meine Melodie Längere Strecken könne er jetzt nur noch mit einer Gehhilfe zurücklegen Ein paar Pfunde weniger auf der Waage würden laut Experten seinen Genesungsprozess unterstützen Das falle Wilfried aber schwer Denn, ich esse wesentlich weniger als meine Frau, die gärtenschlank ist Allerdings ist meine große Schwäche das Naschen, gesteht er Bleibt zu hoffen, dass es dem Sänger trotz aller Widrigkeiten bald wieder besser geht 21. September 2021 Haut Carpendale hat seine Musikergene an Enkel Metz vererbt Da fällt der Apfel offenbar nicht weit vom Stamm Schlagerstar Haut Carpendale, 75 Teilt mit seinen Follower Innen auf Instagram einen besonderen Opa-Enkel-Moment Der kleine Metz, 3 Hat sich mit einer Gitarre vor den berühmten Großvater auf den Wohnzimmerteppich gehockt Und scheint ihm ein selbst komponiertes Lied darzubieten Ich bin der Meinung, dass man nie zu alt ist, um von der jüngeren Generation etwas zu lernen Schreibt der stolze Haut Augenzwinkern zu dem süßen Foto, das ihn begeistert klatschend zeigt Die Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017